Das ist die Kombination Hasenklage mit Mauspfeifen an der anderen Seite. Und sobald man den Fuchs sieht, arbeiten wir nur noch mit Mauspfeifen. Übrigens, der hört das bis zu 500 Meter, wenn keine Nebengeräusche sind. Ein Klang, so echt wie die Natur. Holz- und platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in ihrer Tasche. Roll영 dividend 17 Jahren 21 Jahre lang 25 Jahre lang 25 Jahre lang 25 Jahre lang Year